Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together. Mal wieder. GTA Online. Und da die anderen Hansel schon die Lowrider-Mission gemacht haben ohne mich, machen wir das trotzdem nochmal. Zumindest die ersten vier, damit du auf dem Level bist wie wir sind. Halt hier vor das blaue Auge. Du hast ein blaues Auge? Ja, ich sehe es gerade in der Zwischensequenz. Achso. Ja, während der Dani noch in der Zwischensequenz ist, machen wir noch ein bisschen Chaos hier nebenbei. Und warten dann auf die Einladung vom Dani. Genau. Hui. Eigentlich fehlt jetzt ein Lead. Ein bestimmtes Lead. Wegen? Massive Töne. Cruisen. Oh Gott, bitte nicht. Nein, aber das passt jetzt eigentlich schwer mit dem Lowrider durch die Gegend fährt. Aber ich könnte mir mein Auto vorstellen, ich glaube das hat nämlich auch noch keiner gesehen. Ich habe nämlich den Leichenwagen. Jeha. Dann, oh da steht dann Auto. Und ja, kommt ganz cool. Hinten sogar mit Zombie drin. Mit Wackelhandzombie. Mit Wackelhandzombie. Frag mich leider. Ist so geil. Aber wir müssen etwas leiser reden, weil der Dani nämlich noch den Prolog anschaut. Ach, ich starte hier einfach raus. Okay. Dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Blablabla. 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 Kevin, wie heißt jetzt der Wagen? Bucketing Customs Cabrio. Okay, dann werde ich nämlich den holen und nicht mehr gleich machen. Oh ja, ist doch wurscht jetzt. Vielleicht nicht unter Strage, oder? Das ist ja so. Das ist ja so. Lange. Das labert ewig, ja? Das wäre freundlich, wenn ihr dann den Loweiter Kausen tun müsst. Dann müssen wir, glaube ich, nicht. Ja, aber wie, da werden denn was? Ich glaube, du musst nur nicht mal einkaufen. Ja, glaube auch nicht, aber das war jetzt einfach auch nur schon. Oh, mich und sein Auto ist wirklich nicht sport. Ja, da ist das andere schon. Kommt dann zu euch, ihr seid noch im Flughafen, oder? Versteig. Ach, warum steige ich aus meinem Helion? Ich kann ihn ja mitnehmen. Oh Gott. Ich kann mit dem Auto herfahren, aber ich habe ja mein... Warum nicht vielleicht einer zugefallen, das will ich nicht. Ja, das enden wir in der ganzen Welt. Ich geh nochmal raus, geh mal rein. Ja, das müsst ihr eigentlich auch über, ähm, Klops gemacht werden, ne? Äh, weiß ich noch nicht. Jetzt gibt's ne neue... Jetzt gibt's ne neue Aktion. Und, ähm... Wieso ist grad mein Auto abgeschmiert? Was ist ne neue Aktion? Die ist geil! Warte, ich komme gleich zu euch. Warte, 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 warte noch nicht mal. Warte, warte noch nicht mal. Warte noch nicht mal, ich komme gleich. Äh, ich bin unterwegs. Warte, 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 ich will's auch sehen. Das ist geil. Huch, da fehlt ja schon ein bisschen was von meinem Auto. Also das Daumen um die Ohren geht bei mir jetzt auch. Warte. Nicht solche Musik, bitte, nicht solche Musik, bitte. Ich glaub, ihr müsst da gucken, weil ich werd immer eine andere Sitzung geschmissen. Stimmt, eigentlich sollte man ja mit dir da dabei sein, damit es... Ne, ist ja doch gut. Was? Ne? Was? Jo. Dann, Micha, dann kommst... Dann komm hierher, nimm den Buzzard mit, wir klicken hin und holen die Autos dann. Ja. Wird ich mal so in die Richtung gehen, oder bin allein umhin. Oh Gott, was... Oh nein. Jungs, einsteigen. Bäh. Abflug. Warte mal. Voll doch alle qualben. Micha. Ah. Ich kann jetzt noch nicht einsteigen. Wieso? Nein, 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 nein. Meine Fresse, die Rumpenrampe. Ist ja wieder bockig heute? Komm jetzt. Oh, ist doch gut. Ausfüllen, ist das cool. Ganz ruhig, da unten stehen doch die Autos. Wir lassen Mike für unsere 200.000-Dollar-Karren dastehen. Mit offenen Türen laufen der Motor. 200.000. Ist egal. Ich glaube, wir liegen ein bisschen was höher. Also das Tuning ist ziemlich hoch. Ey, durch die Schlitzemission vom letzten Mal bin ich vom Leveln auch schon wieder recht hoch gestiegen. Ich habe gerade voll den coolen Grafikfehler. Wieso? Deine Kamera unten. Die ist gerade voll am ausflippen. Echt? Ne, jetzt nicht mehr. Ich glaube, wenn ihr... War gerade einer drin in der Kamera? Nein. Ne? Habe ich überhaupt Kro-Pilot, ja. Habe ich überhaupt Kro-Pilot? Ja. Ja, bestimmt sehe ich auch. Die rastet gerade... Voll geil. Die rastet gerade dezent aus. Ich sehe es nicht ganz. Ich glaube, die dreht sich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die dreht sich, ja. Wo ist der Dani? Gerade mal gucken, da drüben. Da ist keiner. Was ist? Ach, ich gucke gerade um die Aktionen durch. Da geht es um die normalen und die, wenn du zweimal drauf drückst. Mit den Fingern ins Ohr oder wie? Ne, äh, ausflippen. Das ist so gut. Aber Finger in die Ohren ist auch gut. Ne, 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 ne. Dani, wir sind auf dem Flug. Wir sind gleich bei dir. Ja, wir sind auf dem Flug. Okay, wir kommen zur Landung runter. Das ist geil. So scheiße, wie man Charakter aussieht, ist das richtig geil. Oh Gott. Was ich drum hast? Ja, das sehe ich. Okay. Saubere Landung, perfekt. Sand ist auf den Schienen gelandet. Geht der, haben wir. Ja. Gut, alle mal ins Auto zum Dani und dann fahrt der Dani da rein. Warte, 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 warte. Warte, was will er? Guck mal, wie das bei dem aussieht. Mach mal. Oh Gott. Oh nein. Dazu sage ich nur. Oh nein. Oh Gott, du lieb dich. Micha. Da. Ah, blatt da. Nee, 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 nee. Komm, steck da hin. Ja, schön. Dani räumt die anderen wieder weg. Bam. Nicht jetzt. Oh, Dani. Tot. Echt? Ja. Huch. Dani will zum Psychopathen. Ja. So viel weiß es. Echt jetzt. Guck mal ein Kevin kurz, der steht da hinten an der Straße. Ne, warum steigst du schon wieder aus? Jetzt hat er ein Kevin umgebracht. Das kriegt man heute mal hin? Nö. Nö, das sehe ich auch. War doch nicht, dass man Kevin kaputt ist. Das zappelt etwas da. Und aussteigen. Toll. Einsteigen. Dann wird alle aussteigen. Das müsste eigentlich gehen. Wo bist du denn? Bist du schon angenommen? Ja, jetzt schon. Okay. Knäht nur noch. Wieder irgendein Typ. Wie krieg ich... Das ist eine Scheiße. Was du benötigst, ein Fahrzeug, um da teilzunehmen. Ich werde immer mit irgendwelchen anderen Leuten reingeschmissen. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist ja echt nervig jetzt in dem Moment. Ich glaube wir brauchen unsere Fahrzeuge, oder? Ich kann das Fahrzeug gerade nicht vorbeibringen. Wieso nicht? Ich habe gerade eine Nahaufnahme. Ich kann jede Sommersprosse zählen. Juhu, da steht meins. Die Nahaufnahme von Daniel ist ja auch nicht strange. Scheiße. Der Lippenstift. Guck mal, mein Nelly hält uns jetzt den Zug auf. Jetzt hört er doch auf mit dem Scheiß. Was? Was macht ihr? Die machen komische Spielchen. Mann, 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 Mann. Ich kann wild gestikulieren. Das müsst ihr so und so machen. Oder doch andersrum. Ich weiß es noch nicht. Mensch, Micha. Da Fader? Oh nein. Michael, ich mach dir deine Haare. Michael, ich muss dir deine Haare machen. Oh Gott. Das sieht wirklich so aus. Machst du meinen Zopf neu, ja? Danke, danke. Nee, 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 nee. Garni, ich helf dir mal. Ich als Frau helf dir mal. Es ist gut jetzt. Ja, es ist gut jetzt. Ihr zwei seid verrückt. Ihr zwei seid verrückt. Ihr zwei seid verrückt. Ihr zwei seid verrückt. Was ihr wieder für Probleme hier habt, alle, ja? Garni ist weg mit seinem Auto. Ja, ich probier's von noch, ob's jetzt geht. Da. Oh nein. Wie war's. Warte mal. Nee, der auch. Fingapo, Mexiko. Warte mal. Dani, wie heißt die Mission? Weißt du das? Steht das dran? Kann ich gleich sagen, wenn ich im Menü bin. Okay. Wenn's nicht funktioniert, dann lad ich dich ein. Dann schaffe ich die Mission. Ich kann tanzen. Wie ging das hier nochmal, ähm, Daylife? Kevin, ich kann tanzen. Warte. Micha, fahr mal die Richtung. Ja. Sozialarbeiterprojekt. Sozialarbeiter. Ja, und dahinten. Jobs. Jobs spielen. Rockstar erstellt. Missionen. Guck dir mal den, der in deinem Hintergrund sitzt. War doch der da mit seiner komischen Blählose. Sozialarbeiter gesucht, oder? Oh ja. Ja, ja. Irgendwie da hat der. Geh doch von dem Armaturenbrett runter, verdammt nochmal. Die Frage ist, ist das bei Missionen drin? Ja, müsste normalerweise. Ist das ein Grafikfehler oder, oder ist die Wackelkopffigur so? Ein Blinken, ne? Bei mir auch. Das sind nur um Dani seine Sticke-Socken. Komm, wir machen Party. Seid solche Vollposten, ey. Das liegt heute, was nachher ist. Ich sehe ja im Hintergrund, was die machen auf meinem Auto. Aber ich kann die Mission, ich finde die Mission irgendwo. Ja, das ist ein bisschen scheiße irgendwie. Ist es denn eine, ja, oder? Scheiße. Warte mal jetzt alle drei gleichzeitig. Ja, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Jetzt nochmal. Drei, zwei, eins. Komm schon. Warte mal! Wir haben sich gerade vermisst, wir haben beim Auto! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Zwischen Windschutzschelbe und Turbola durch Higa. Es ist einfach am Test, ey! Komm, wir tanzen jetzt noch ein bisschen, wir machen mal ein bisschen Wucke! Da gibt es ja auch den einen Typen von Jackass zum Beispiel, der macht da Wunsch. Ja gut, das sieht sogar aus wie der Darni. Ja, der dreist sich doch die Klamottennüffelung im Tange rum, macht dann hier den hier. Okay, Merkel visiere nie den Schaffner an mit dem Gewehr. Der dreht am Rad. Alter! Wer hat über das Ausdruck rutscht? Der zerkratzt mir den Laden. Mit was denn? Er wird über den Turbolader rutscht. Ja, der rutscht gerne über den Turbolader bestimmt. Ey! Oh Gott! Wollten wir nicht die Mission irgendwie starten? Irgendwie schon. Du könntest auch nur eine Party machen. Wir haben jetzt eine Viertelstunde aufgenommen. Wir haben nichts gebacken bekommen. Also Micha, wenn du da hinten hin willst, dann musst du ungefähr so fahren. Danke, danke für das. Micha, willst du da lagen gehen? Wie, hast du es nicht verstanden? Mann, hör mir doch richtig zu, das kommt doch nicht wahr so. Micha, da lagen. Da, genau da in die Richtung. Sogar deine Hupe ist kaputt. Alter, tatsächlich. Ihre Hupen sind kaputt. Wie sieht das alles aus? Du musst hier hin. Micha, da ist uns da die Werkstatt. Guck die Hupe. Guck mal, ich hab da nie gefallen. Guck mal. Guck mal, da ist der Micha. Warte, mit dem Finger an den Ohren geht es auch bei ihr. Oh Gott. Dani, kennst du die nie eigentlich noch? Guck mal, Feuerwehrauto. Micha, stell dich mal mit rein, vielleicht funktioniert es ja dann. Hä? Stell dich mal mit in den Kreis, vielleicht funktioniert es ja dann. Hattest du dich in die Garage rein? Nee, gell? Welcher Kreis? Wir haben keinen Kreis. Direkt zu mir. Nee, hier bei uns gibt es keinen Kreis. Weil wir müssen mit der Otis nämlich in die Garage reinfahren. Vielleicht musst du die erste Mission alleine machen. Nee, ich werde einem anderen Spielern zugewiesen. Achso. Mach mal deinen Hut. Ach Gott. Das sieht so geil aus. Vielleicht geht es ja jetzt. Also du verschwindest wieder, aber wir stehen immer noch da und diskutieren. Ja. Ich diskutiere mit Händenfüßen. Echt? Ja. Ich werde immer anderen zugeworfen. Du bist ja doch. Das Herzgut. Das ist ja doch. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Es ist eine Scheiße. Wer Brieres macht. Gigi, Wigi, Wiigi. Weiß ich gerne нез regions AG. Wir haben wiederrums gemacht. Boah, gute Frage. Wiss ich ne Aufnahme gucken? Gigi, 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 gigi. Wir sind schon Allm周 Jahr. Schau mal na 2 mite ... ? Mr Vovla. Da ob mir die Mission grad finden. Die, famous was sie sind. G single instant. nein 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 so was macht eine dame nicht nein 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 das gehört sich nicht sind es sind es dinge ja das sind schon missionen oder ja wir können ihn nicht als starten zumindest wir haben ja schon wieder die fünfte müssen auf der karte deswegen guck ich gerade im auswahlsmenü ob ich die anfangen kann oft mal einer von euch Dinge an die Lamar vielleicht kann ich schon mal anwählen Lamar Lamar wie hieß die noch mal da an die Mission die heißt ne kannst du Räuber rufen Sozialarbeiterprojekt irgendwas bei Sozialarbeiterprojekt also in der Bahnhofs gibt es noch Räuber rufen Dani mach jetzt noch mal das ausflippen ne ich hab keine andere Sachen zu tun also Sozialarbeitertechnisch gibt es hier jetzt gar nichts schade auch was ist es nicht Gegner ist auch nicht falsch am überleben Testmatch Rennen mitunterrennen das ist doch eine Scheiße ist da irgendetwas zusammengeworfen wirst mit denen du echt gerne spielen wirst naja das ist scheitzend in jeder Mission geht's theoretisch war das eine normale Mission aber ich denke wir müssen erst alle fertig machen vielleicht müssen wir die bei den heißen Missionen erstmal komplett durchziehen dann geh einfach mal ein zwei mal rein und raus vielleicht ja ich bin gerade rein und bin in der Mission komplett reingeschmissen worden aber ich guck jetzt gleich wieder rauskommt naja das hat man bei irgendeiner hat man das glaube auch ähm ich glaube das war wo man gleich anfangen ist es ist so ein es fällt nur eine Mission ja ja aber die habe ich nirgendwo in der Liste drin das ist ja das ich bin eh schon wieder rausgekommen probier es einfach mal ein zwei mal das ist doch eine Scheiße das ist doch eine Scheiße